Hallo zusammen, hier ist Emily. Wir gehen heute in die Sternspielhalle und dann in Floras Abenteuer. Und dann sind wir hier bei Reise durch den Wald Stufe 6. Hier bekommt man jetzt 20 Kisten, wenn man es abschließt. Und wir haben 16 Würfel zur Auswahl. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier unten das Ende, wo wir hinwollen. Und hier steht jetzt so ein Gegner vor, den wir besiegen müssen. Wollen wir doch mal schauen, wie wir das auf die Reihe kriegen. Wir müssen nämlich die zwei Schwerter hier einsammeln. Mal gucken. Also es geht erstmal in diese Richtung zu laufen. Dann würde ich mal sagen, wir versuchen uns mal erstmal in diese Richtung. Damit wir schon mal ein Schwert eingesetzt bekommen können. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So, dann... Wie machen wir das dann? Wie machen wir das dann? Gehen wir hier runter? Und dann da lang? Denke ich mal, glaube ich. Oder? Nee, nicht so ganz. Das ist irgendwie falsch. Nein, das ist irgendwie falsch. Ich muss ja den hier noch mitkriegen. Wie mache ich das denn? Das ist so ein bisschen verkehrt. Das ist so ein bisschen verkehrt. Wie komme ich denn da jetzt hin? Wie mache ich das denn jetzt? Irgendwie bin ich da so ein bisschen... Moment. Das versuchen wir mal anders irgendwie. Mal gucken. Gehen wir hier nach oben? Denke ich. Na, das geht auch nicht. Gehen wir da nach oben. Machen wir da so. Okay. Dann gehen wir hier lang. Und dann gehen wir da lang. So, dann haben wir das Schwert auch. Dann gehen wir hier lang. Dann können wir es da ablegen. Können die Kiste hier einsammeln. Dann gehen wir hier um die Ecke. Und da um die Ecke. Und das sollte hoffentlich passen. Also, wir gehen hier runter. Da rum. Dann hier rum. Nehmen das Schwert mit. Das wird hier platziert. Dann gehen wir da lang. Dann kommt das Schwert da in Kiste. Und dann hier lang. Sollte klappen. Okay. Gucken wir mal. Dann kriegen wir Herzen zum Einkaufen. Nächstes Schwert. Abgelegt. Tja. Gegner weg. Truhe einsammeln. Und ja, dann haben wir das Ende erreicht. Yay. Haha. So, hier haben wir jetzt die 20 Kisten. 500 Diamanten. 200 Herzen zum Einkaufen. Und einen Stern. Tada. Sehr schön. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.